ihr süße das ist tag 3 mittwoch angefangen donnerstag heute ist freitag die bude ist weg gestern abend habt ihr gesehen was phase ist gezeigt wie der stand war die soziert jetzt gerade noch ein rest raus vor wie süß das schild ist hier zweimal täglich frische milch emil cordes hat er wahrscheinlich das war wahrscheinlich der stall hier den wir als erstes abgerissen haben darum hat das ganze heu und da hat er hier wahrscheinlich kühe gehabt oder so oder die seine mutter festgehalten die gemolken dinge der fußboden ist jetzt raus war auch alles in holzboden ziehen wir den bautstück gleich zusammen sondern es ist das gewesen leute drei tage abbruch erledigt mehr geht nicht oder ganz ehrlich das entkehren dauert immer am längsten gut die abfuhr jetzt noch also da muss jetzt noch mal mutter kommt nämlich einer und holt das holz weg und dienstag kommt schilling und fährt bautschut weg denn ist das hier fertig leute wir machen jetzt frühstück frühstücken stück frühstück klein muss sein und im mampf kein kampf also jetzt frühstück oder was ja das war das ja was das wird zu meckern ja ich glaube das ist schön g3 24 ich glaube ja also ich bin der meinung ja aber der bacher ist top der bacher ist richtig schön kate 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 moss und evre lavin der so wir müssen ganzen schrott und müll alles hier her gemacht dass er wirklich nur noch bauschutt liegt den zieht er gleich zusammen aber ich habe hier noch eine kleine ecke gefunden ich muss nur aufpassen was man sehen kann hier das sind erdwesten wetspen erdwetspen ich habe letztens eine survival tante gesehen durch zufall wird mir vorgeschlagen gucke viel survival scheiß und hier lost place und so sie hat immer gesagt wetspen also wir waren unterwegs und da waren wir auf einmal ganz viele wetspen das stinkt eigentlich nur noch scheiße alter ekelhaft man dann liegt irgendwo ein totes tier auf jeden fall liegt hier noch bauschutt den greift er jetzt mal eben raus dass die ecke hier noch raus sortiert ist diese schuhkörer noch hier auf dem schrott und dann haben wir wirklich nur noch holz der scheiß hier hier liegt dann wollen wir nur noch in diesem bereich bewegen und dann ist gut wetspen kommen hier ich weiß nicht wo ich gerade mit mir hin soll weil da bin ich totgestochen wahrscheinlich das ist immer die größte scheiße dieses sortieren aus der büsche raus und ich hasse das wie die presse das problem ist ja dass ich schöne leckere hier auf die scheiß fiecher war deswegen ja im krankenhaus ich habe sie ja gestochen und mein bein wurde dick und ja die linse dreckig und darum ein bisschen man muss machen, Pause, weg vier arbeitsunfall, neun wochen alles durchsortiert, da sind noch ein zwei bretter zwischen, gleich wenn er schaufel für schaufel hinschmalsteht daneben sortiert das aus und dann ist es das gewesen drei tage schon top, wie gesagt abfuhr noch aber geht ab halte ich ziehe das den baustur zusammen einmal grob jetzt haben wir hier noch ein bisschen holz raus guck mal hier haben wir jetzt alles so durchgeschüttelt, der rest geht natürlich in den boden, steine und ja gleich wenn wir das einmal grob den groben baustur raussortiert haben dann gehen wir mal bei und gucken ob wir noch fundamente unter sind und ja das war ein kabel da und eine kette also jetzt lasst ihr das wieder einen wunderschönen guten morgen ihr süßen ich habe hier schon abgesperrt sperr mal ab, das kann ich am besten gerade früh morgens das ist jetzt halb sieben ich warte hier jetzt auf Rischi Rischkau aber der muss hier im moment kommen und dann wollen wir mal gucken, wie wir das machen hier mit der Beladung ob ihr die Container hier vielleicht hinstellt hier eins, zwei nebeneinander und ich dann mit dem Bagger von da die belade oder ob wir hier Reifen vorschmeißen und ein Kantholz vor den Bordstein legen ob wir hier dann zum Beispiel rückwärts reindrücken oder so das kann der Fahrer gleich selbst entscheiden ich gucke euch mal diesen wunderschönen Himmel an kann man das wie auf dem iphone hier mit Touch, ne kann man nicht so schön diese Natur, Leute, ich liebe das, weißt du das dann stell ich mir mal vor, du hast irgendwo so ein geiles Wohnmobil oder so ein Expeditionsmobil stehst jetzt irgendwo guck mal, wie herrlich rot das leuchtet stehst jetzt irgendwo, Alter, nachts hast du Sterne geguckt hast Fenster aufgebaut, hast mehr gehört und morgen stehst du auf und dann guckst du auf sowas muss doch traumhaft schön sein, ey mega, sehr romantisch ich hol mir eben Kerzen Rosen, Leute, ich bin gleich wieder da das sind alles ein paar Fotzen, weißt du das, guck mal wir haben jetzt tatsächlich Beton hoch reingeschmissen hier wieso liegt man das wenn nicht daneben oder warum schmeißt man das hier mit rein guck mal, wie geil der Himmel, was für ein geiles Bild, Alter muss ich mal eben eine Story machen, Leute und den Scheiß hier rausräumen ach man, ey jetzt mal eben gucken ob der Tank noch zu ist wenn ich das in den Sprick geklaut habe das sieht gut aus der Tank ist noch zu hier ist alles heil ja, Leute so ist das so ist er jetzt gut, wir müssen den Backe mal anschmeißen dass er warm tuckert und dann geht das gleich los so, ich schmeiß den Hobel jetzt an und dann versuche ich mal diesen Stuppen hier raus zu randalieren dann kann der LKW her, das ist glaube ich ein bisschen einfacher wenn er gleich kommt das sieht gut aus ebenso ein bisschen Leute, ich merke das eben an meinen Eierkratz. Ich denke, was ist das denn? Ich greife schnell in die Hose, kommt da eine Wespe rausgeflogen, ist mir in die Hose gekrabbelt. Oh Mann, schade, ich habe das nicht gepiekt. Ich hätte das endlich mal einen dicken Eumel gehabt. Den Container hier, den Anhänger hier abgestellt. Da vorne wendet er gerade und kommt da angefahren. Da ist er. Sehr geil, da freue ich mich. Dann läuft das ja. Jetzt muss ich mal schnell nach hinten joggen. Da kommt er angefahren. Jetzt wird es spannend hier, Leute. Jetzt wird das ganze Holz hereinrandelliert. Top Fahrer, Top Fahrer. So, geht los. Leute, jetzt hat man einmal nicht gefilmt, ne? Der arme Kerl. Taut mir, warte mal. Taut mir so leid, der arme Elkölfahrer Stefan. Richtig feiner Kerl, wirklich ein richtig geiler Typ, ne? Steigt ab, geht um Container rum und will hier helfen. Er sammelt ein bisschen mit auf, Leute, und tritt genau unter ein Erdwespennest. Die fliegen alle hoch, Alter, und stechen ihn bestimmt 40 Mal. Der arme Kerl hat so eine Birne gehabt. So eine Scheiße. Taut mir so leid, ey. Er konnte eben schon wieder lachen. Das beruhigt mich natürlich. So, guck mal. Jetzt haben wir 60 Kubik abgefahren. Also 90 habe ich geschätzt, waren das. Kommt ungefähr hin. Oh Mann. Arbeitsallergie. Ich sammle hier jetzt nochmal eben den Rest auf. Dass das alles sauber ist, wenn er gleich wieder kommt. Dass wir nur noch diesen Berg haben. Und dann kommt der Müll nämlich weg. Und dann, Leute, morgen der Bauschott. Und dann ist die Baustelle Chico. Sehr schön. Das freut mich sehr. So, ich gehe mal an die Arbeit hier. Nicht nur snacken, auch was tun, Alter. Ja, ihr Lieben, da drehen die Westen gerade durch. Der gute Stefan, der tut mir so leid, der arme Kerl, Alter. Ist jetzt wieder da. Jetzt laden wir hier Müll und Schrott. Dann ist das auch alles weg. Und danach noch das restliche Holz. Darum, ich lasse euch jetzt mal hier in der Kabine. Ich hoffe, man sieht hier ein bisschen was. Bis zum nächsten Mal. So, ihr Lieben. Wir haben hier jetzt. Da habe ich die Haufen mal so ein bisschen glatt gezogen. Morgen wird Baustell abgefahren. Dann ziehe ich das ganze Grundstück nochmal ein bisschen schier. Und dann ist gut, Alter. Und der Rest muss gesiebt werden. Oder wie gesagt Boden, Steine abgefahren werden. In jeder Ecke liegt hier. So viel hatte ich auch noch nie. Egal, wo du reingreifst. Überall liegt hier noch ein Dachziegel. Und da noch Müll. Und den ganzen Grundstück hat er alles. Oder der, der hier mal war. Alles so ein bisschen vergammeln lassen. Mehr oder weniger. Ja, läuft auf jeden Fall. Und jetzt habe ich einen Termin. Und morgen kommt Baustell weg. Und dann ist die Baustelle zu Ende blätt. Guten Morgen, ihr Süßen. Alter, ich bin hier eben und habe mir Kaffee geholt. Und jetzt ist schon Schilling, die Maschine da. Ich habe gesagt, um sieben. Jetzt ist es viertel vor sieben. Guck dir das an. Das Mau, was Pünktlichkeit ist, weiß ich, wie der Spruch geht. Bis zum nächsten Mal. Ich bin jetzt schon mal rausgefahren. Der wird nämlich abgeholt. Ich habe hier schön die Reifen untergelegt. Hier steht auch schön auf Reifen, da kann man das sehen. So sieht die Fläche jetzt aus. Habe ich alles schön angefahren. Haus weg, alles sauber, alles schier. Fertig. Und jetzt, Leute, muss ich noch ein Big Pack holen vom Platz, weil ich hier nochmal eben den Müll reinsammeln möchte. Das ist ein Asbest Big Pack. Ja, und Tankbombe muss ich mal eben holen und nochmal tanken. Und dann ist Schicht im Schacht hier.